Hallo und guten Abend aus Offenhausen. Oder nicht ganz aus Offenhausen, sondern aus Kucher. Wie man hinter uns am Glockenmeierhaus sieht, mit der Glocke auf dem Dach, die jeden Früh, jeden Mittag, jeden Abend die Gebetszeiten einläutet. Wir waren jetzt leider etwas zu spät dran, denn wir waren vorher noch mit dem Fahrrad unterwegs, ein Eis essen und jetzt noch hier beim Krammer was essen und leider kam das Essen zur Gebetszeit. Deswegen, ja, diese Andacht ohne Glocke, aber mit blauem Himmel. Den sieht man besser, wenn ich mal kurz das Handy nach oben klappe. Blau-weiß ist der Himmel über Franken. Und wir haben uns heute gefreut, noch einmal, bevor es morgen regnen soll und gewittern soll, die Natur zu genießen, die Düfte zu genießen, die Bienen zu hören, wie sie in den Bäumen und in den Sträuchern summen, noch einmal Sonnenstrahlen zu tanken und, ja, einfach kurz auch die Seele baumeln zu lassen. Und wir haben ein Lied für euch, das wir gut auch a cappella singen können. Der Himmel geht über allen auf. Der Himmel geht über allen auf. Ja, dass sich auch der Himmel weit über euch wölbt, dass ihr nach oben schaut und, ja, die wunderbare Schöpfung seht, das Blau des Himmels, die unendlichen Weiten, das wünschen wir euch. Bleibt behütet, seid gesegnet. Das wünschen euch euer Martin und eure Ann-Sophie, eurer Pfarrer in Offenhausen.